Ich bin der Heiner Gies. Ich bin Müllmann bei der Stadt Kaiserslautern. Und jetzt Oberstleutnant der Stadtgarten Kaiserslautern. Ich bin der Bart Menzi. Und ich bin mehr oder weniger der Gesangscoach von der Hummerbube. Und ich bin auf Dauerurlaub. Ich bin Rentner. Hummer, Hummer, Tedre! Wie ist die Fastnacht? Ja. Jetzt geht die Post ab. Wenn ich nicht dabei bin, sind sie ganz besonders gut. Da höre ich, Bob, du musst da sein, wir wollen Spitzer. So heißt das. Und dann, wenn ich da bin, sind sie auch okay. Danke, danke. Das war geil, oder? War schön. Ja, meine Damen und Herren. Fassen ab unser Leben. Für uns für euch auch mit dem nächsten Lied. Und ihr Bestimmungsverfahren. Danke.